Willkommen zurück, mein lieben Zuschauer, bei Enslaved. Und ja, ich habe mir die restlichen Ops da unten geholt, nachdem ich noch circa... Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dreimal bin ich noch gestorben an den Minen da. Ich bin aber extra vorher dann nochmal hingegangen, bevor ich die ganze andere Kacke nochmal mache. So, dann bin ich hier hochgefahren und jetzt geht's weiter, nämlich dort mit einem... Ich weiß nicht, geht's da zu dem Geschütztürm? Wie gesagt, möchte ich es herausfinden, von daher. Das sieht doch gut aus. Darüber gesprungen. Nicht in die Minen fallen, Monkey. Nein, Minen, nix gut. Die hat man schon in der Grundschule. Eigentlich nicht, aber das solltest du doch wissen. Oh, das ist... Das ist gut. Das ist gut. Nein, nix da. Ich werde dir da den Dick brechen. Und zwar so. Gut, brechen wir ihm halt gleich alles, ne? Oh. Klingt jetzt keine Minigun? Einer weniger und einer übrig. Monkey ist so ein Verschwender von Materialien. Wirklich. Normalerweise würde er jetzt sich da hinsetzen, so ein bisschen gechillt hinsetzen und... Och, komm, schieß nur ein bisschen durch die Gegend. Nein, Rorater, ich muss alles zerstören. Ich bin Megatron. Ich muss alles zerstören. Auf dieser Welt. Auch die Geschütztürme, die vielleicht nützlich sein könnten. Lassen wir das. Gehen wir weiter. Gut, wahrscheinlich dreht sich Monkeys Kopf nur um eins. Ähm. Platt machen. Ja, wirklich. Das sagt er ja auch. Das tut er mit Libellen, das tut er mit anderem Zeug, das tut er mit Trip. Weil, wenn er dann... Oh, nein! Fuck it! Bitte lasse mich den ganzen Scheiß nicht nochmal machen. Bitte. Wirklich nicht. Das kann ich echt nicht nochmal machen. Oh, bitte. Oh, danke. Danke, danke, danke. Wenn ich das nochmal müssen, wäre ich vorher nochmal aus dem Fenster gesprungen. Mal wieder. Zur Abwechslung. Mach ich ja nicht oft. Äh, das sage ich euch zwar immer, aber ich mach's ja normalerweise nicht. So, Ops. Opa, sind hier wieder Mienen. Wer legt denn einfach so Mienen aufs Wasser? Das ist doch gefährlich. Ähm. So, ne? Das hat der Kerr wahrscheinlich gar nicht gedacht, der das gemacht hat. Dass Mienen eventuell gefährlich sein könnten. So, wie kommen wir da am besten vorbei? Indem wir da so durchfahren. Und zwar nicht durch die Mienen. Bin ich froh, dass ich das hier alles ohne Trip machen muss. Ihr versteht mich in der Hinsicht, oder? Ich denke schon, dass ihr das tut. Okay. Ähm. Muss ich da hoch? Ich denke schon, nicht wahr? Sieht doch verdächtig aus. So, und dann direkt nach da oder nach da? Ne, ich will erstmal nach links. Da sind Ops. Ich glaube, das schaffe ich aber nicht. Doch, schaffe ich. Ein ordentliches Speedboost geht das schon. So. Und jetzt auf die andere Seite. Da ist ein Boost. Und da sind auch noch Ops. So, da sind auch noch Ops. Aber da brauche ich bestimmt den Speed für, um darüber zu... Goddammit! Alles das Ganze nochmal. Warum müssen sie die Ops auf so Kacke platzieren? Dass ich da immer nochmal anhalten muss. Das würde ich da einfach mit voller Pulle durchfahren. So wie jetzt zum Beispiel. So, ich glaube... Ne, ich habe alle. Okay, passt. Dann... Zack. Oh mein Gott. Ja, das Cloud lässt sich nicht so einfach steuern, wie es vielleicht scheint. Das hat man halt schon... No! Dieser verdammte Booster, den braucht kein Mensch. Ja. Diese verdammten Adrenalin-Junkies, die da immer mit voller Pulle durchfahren. So einer bin ich doch nicht. Man kann natürlich auch schnell von... ...der Cloud absteigen. So wie ich das jetzt mache. Dann fährt man auch nicht runter. Da man nämlich auch nicht runterspringen kann. Aber wenn man so im Eifer des Gefechts einfach mal irgendwo durchfährt, dann ist es schwierig. So, und zwar... Das schaffen wir auch ohne Boost. Seht ihr? Das geht auch ohne Boost. Das schaffen wir eventuell nicht ohne Boost. Nein! Nein! Okay. Ich werde es ohne Boost versuchen. Wirklich. So, da hoch. Nochmal das Ganze. Ja. Schauen wir uns jetzt noch die schöne Umgebung ein bisschen an. Hat ja noch niemanden geschadet. Nicht wahr? So. Absteigen. Absteigen, Monkey. Absteigen. Erstmal absteigen. So, ist gut. Ganz ruhig, Monkey. Chill eine Runde. Back dir einen Kuchen. Und dann geht's weiter. So. Okay. Jetzt geht's weiter. Das müsste auch ohne Boost gehen. Und... Hui. Nicht. Okay. Da habe ich meine Fähigkeiten ein bisschen überschätzt. So wie immer. Nicht wahr? Ja. Fähigkeiten, die ich nie besitze. Trotzdem behaupten sie zu haben. Ist egal. So, dann machen wir das halt so. Hier brauchen wir keinen Boost. Und dann brauchen wir einen Boost. So. Kurz absteigen. Und dann in die richtige Richtung. So rüber. Passt. So, da sind Orbs und... Life. Aber ich bin full of life. Full of life. So. Da ist noch ein Geschützturm. Nix da. Nehmt ihr auf, wie die das da stören? Nehme ich an. Warum tut er das? Wir könnten doch einfach das Ding nehmen und die anderen Geschütztümer auch damit abschießen. Und dann auch noch so rabiat. Finden. Wie unzivilisiert. Ich komme zurück, ja. Wenn ich hier alles eingesammelt habe. Tut mir leid. Da spricht jemand. Ich verstehe nicht, was er sagt. Ist zwar nicht tragisch, aber das müsste wohl der... Was steht denn da? Pigs Land. Das Schweineland. Können da Schweine fliegen lernen? Oder so? Ich weiß es nicht. So, ähm... Nochmal kurz das Gebiet ein bisschen erkunden. Ach, denn da sind wir hergekommen. Da waren die Minen. Da ist noch ein Orb. Schön. Ist sie jetzt mit dem Boot einfach davon getuckert? Nein, ist sie nicht. Okay. Dann komme ich natürlich gerne wieder. Moment, da nochmal gucken. Nichts übersehen. Und nicht an einer Mine sterben jetzt. Das wäre jetzt unschön. Was ist denn da? Das sieht doch verdächtig aus. Das ist nur meine Einbildung. Bin zu neugierig auf unnötige Sachen, wo sowieso nichts ist. Gut, dann haben wir... Was ist da? Da ist noch jemand, oder? Ne, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zur Trip ins Boot. Und werden einen romantischen Boottrip unternehmen. Nach Hawaii. Also ähnlich. Nämlich Pixland. Ist ja fast dasselbe, nicht wahr? So, rein damit, dir Monkey. Wie motiviert du doch, wie er bist heute. Geh nicht durch die Minen fahren, Trip. Ich vertraue auf dich, dass du steuern kannst. Okay, so. Gut, sie fährt den sicheren Weg. Zumindest so schlau ist sie. Das ist doch mal was Tolles. Es ist so, wie wenn man einem Kind ständig neue Sachen beibringt. Neun, oh, neun. Sogar zwei. Das ist gemein. Ich versuche gerade mal dazu zu hören. Ich verstehe kein Wort. Und überall jetzt sind Schweine alle waren. Vielleicht muss ich sie abschießen. Bam. Einfach den Schweinen folgen. Na, bei dem Krach, den wir gemacht haben, war es ja sicher, dass wir hier sind. Ich werde jetzt jedes Schwein abschießen. Vielleicht gibt es dann ein Enchiefment. Ich habe eh schon welche vergessen. Naja. Also sehr gut häuslich eingerichtet hat, ist es der nette Kerl sich aber nicht. Irgendwie. Okay, warte. Ich muss das da wegräumen. Du musst das wegräumen. Und wie machst du das? Oh, eine Vision. Was sehen wir denn diesmal? Berge und Täler. Ein Eisverkäufer. Ein Traktor. Diese... Kann ich darüber? Ja, kann ich. Ich weiß nicht, das macht irgendwie alles keinen Sinn bisher, oder? Diese Vision. Vielleicht ergibt sich nachher ein Film oder sowas. Dann habe ich gemerkt, es sind nur die Drogen. Das sagen Chizophrene übrigens auch. Glaube ich. Ach du Scheiße. Muss ich mich etwa wieder um dieses Vieh kümmern? Muss ich. Okay, mein Freund. Wie machen wir das am besten? Muss ich mich jetzt auf... Oh, oh mein Gott. Ja, fahr! Gib, was die Karre hergibt. Ähm, aber ohne mich. Ich gehe nämlich schon mal vor in den Himmel. Äh, in die Hölle. Weil ich lieb ja ins Erquatscht habe vorher. Ich bin ein böser Mensch. Ihr dürft mich jetzt hassen. Wer konnte auch ahnen, dass da Minen sind! Ja. Ähm. Das Gespräch können wir leider nicht nochmal skippen. Das ist schade. Aber so ist das nun mal. Warum nimmt sie mir das nicht einfach ab? Vertraut sie mir etwa nicht? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Gar nicht nachvollziehen kann ich das. Die einfach drauf gewartet hat. Das ist ein Backstep-Hund. The Backstep-Dog of Doom. Okay. Diesmal sollten wir vielleicht einfach den Minen ausweichen. Es sollte eine sinnvolle Beschäftigung sein. Oh mein Gott. Das wäre einfach fast so in die Höhe. Oh, what the fuck. Wie wird's das denn anstellen? Wir können auf dem Wasser nichts machen, soweit du dich erinnern kannst. Oh mein Gott. Okay. Bitte nicht nochmal die Sequenz. Oh, das ist ja nervig. Wenn ihr jetzt nochmal kommt. Kann ich jetzt einfach losfahren? Oh, kommt schon. Wieso kann ich sie nicht skippen? Das wird ein Negativ-Point am Ende. Wenn ich das mal so sagen darf. Nicht skippbare Cutscenes, die man schon gesehen hat. Du hattest recht. Du hattest recht. Das ist ein Aphrodisiakum. Das meine Gedanken vernebelt. Oder so. Da ist übrigens ein Hund-Monkey hier links. Ja. Wieder hat er die nicht erwischt. Zum dritten Mal nicht. So schlecht ist der jetzt hier. Oh Mann. Das ist aber echt nicht so leicht hier. Wenn da immer diese Dinger runterfallen. Die man vorher gar nicht gesehen hat. Nicht irgendwie reinfahren. Bloß nicht. Keine Sorge, den erledige ich schon. Oh, darüber, darüber. Ich bin doch rübergesprungen, Monkey. Ich bin doch rübergesprungen bei diese Mine. Die Mine dachte sich halt einfach auch, hm. Der Schei ist über mich rübergesprungen. Aber eigentlich. Aber eigentlich möchte ich jetzt Todesfleisch sehen. Das sind intelligente Mine. Definitiv. Ich werde verarscht vom Spiel. Lasst mich. Jetzt nicht mehr. Richtig. Ich kann das bald nachsynchronisieren. Ich kriege fremde Signale rein. Also gleich, wenn ich nochmal fail, dann werde ich den Ton ausmachen und werde das nachsynchronisieren. Blind. Oh scheiße, ja. Okay. Diesmal wird es besser ablaufen. Wenn nicht, dann werde ich den Part erstmal für hier. Und dann sehen wir uns im Mistpapel in einem erfolgreichen Run wieder, würde ich sagen. Aber wir gucken mal nochmal. Oh mein Gott. Aber das Ding wippt auch immer hin und her, wenn man ein bisschen sich bewegt. Oh nein, nein, nein. Da müssen wir runter. Hä? Hallo? Was zum... Ich glaube, es ist zu weit dafür nicht weg. Zumindest sieht das stark danach aus. Und den möchte ich noch haben. Okay, liebe Leute. Ich mache hier einen Schnitt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part mit einem hoffentlich erfolgreichen Versuch. Von daher, wir sehen uns dann bis der Ende.